The Overwatch is coming, because you mess up running, The Overwatch is coming, heroes never stop! Und da es die Meldung derzeit noch nicht auf Deutsch gibt, möchte ich das Ganze mit euch mal ganz kurz durchgehen und so, ja, kurz den Sinn für euch übersetzen, ohne es jetzt Wort für Wort zu machen. So wird in der News davon gesprochen, dass die globale Friedenstruppe Overwatch bekannt gegeben hat, dass man eine vollständige Untersuchung der Sicherheitsabläufe in einer kürzlich angegriffenen Overwatch-Einrichtung in Oslo durchführen möchte. Ja, während einer TV-übertragenden News-Konferenz gab Commander Jack Morrison bekannt, dass die Untersuchung noch läuft und es aktuell zu früh ist, um die Parteien zu benennen, die diese Fabrik angegriffen haben, beziehungsweise die Fabrikeinrichtung angegriffen haben. Morrison warnte die Angreifer aber, dass Overwatch erst dann ruhen wird, wenn die Schuldigen gefasst sind. Ja, gleichzeitig bestätigte Morrison dann auch, dass man eine Reihe von Verdächtigen identifiziert hat. Ja, Freunde, da haben wir es. Eine weitere News-Meldung aus diesem News-Archiv. Ja, eine News-Meldung, die an dieser Stelle übrigens acht Jahre alt ist. Ja, doch was bedeutet das alles? Wir bekommen hier die Info, dass eine Overwatch-Fabrik, ich würde schon mal Fabrik sagen, dass eine Overwatch-Einrichtung, vielleicht eine Ausbildungshalle oder was auch immer, und von einer Overwatch-Einrichtung in Oslo, Norwegen angegriffen wurde. Ja, Overwatch untersucht das, man versucht herauszufinden, wer steckt dahinter. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was bedeutet das für unseren Event? Wir haben ja morgen erfahren, dass der Aufstand-Event aus dem letzten Jahr zurückkommen wird. Heute Morgen kommt man aber schon spekulieren, okay, vielleicht kriegen wir einen zweiten Brawl, es klang zumindest alles danach eine komplett neue Story. Es hat sich seitdem tatsächlich ein bisschen was getan, und zwar sieht es derzeit so aus, dass sehr viele Overwatch-Content-Creator derzeit in den Vereinigten Staaten sind, und zwar genauer gesagt bei Blizzard zu Gast. Ja, ich war ebenfalls zu dieser Veranstaltung eingeladen, bin derzeit nicht da, wie ihr wahrscheinlich hört, dass mein ganz normales Setup hier ist. Ich habe dazu was auf Twitter geschrieben, ich werde vielleicht die Tage nochmal was Spezifisches dazu sagen, was hatte persönliche Gründe, weshalb ich die Reise kurzfristig nicht antreten konnte. Aber wie gesagt, sehr viele meiner Kollegen sind derzeit bei Blizzard auf dem Campus, und einer von diesen Jungs hat aus Versehen, und den werdet ihr wahrscheinlich kennen, Muselk, hat aus Versehen ein Foto gemacht, ganz aus Versehen natürlich, wo im Hintergrund das Vergeltungslogo zu sehen ist. Und ja, wenn wir ein neues Logo haben, können wir auch davon ausgehen, dass es neben dem Aufstand-Event vermutlich diesen Retribution, also Vergeltungs-Event geben wird, also ein komplett neuer Brawl. Ja, bleibt jetzt natürlich aber die Frage, was heißt das für uns, gerade hier mit dieser News-Meldung? Wird es so sein, dass wir möglicherweise diesen Angriff auf diese Einrichtung in Oslo nachspielen werden? Vielleicht in Form von dem Bösen oder in Form der Guten? Ist es ein komplett roter Hering, dass es einfach so ist, dass mehrere Overwatch-Einrichtungen vielleicht angegriffen wurden, und wir vielleicht versuchen, einen dieser Angriffe am Ende zu verhindern? Ähm, es ist sehr interessant, was sich hier gerade tut, wir haben jetzt noch nicht wirklich viele Meldungen, und viel mehr kann man auch dieser kleinen News auch nicht rausziehen, aber was wir wissen ist, dass scheinbar zu dieser Zeit, wo die News verfasst wurde, eine Overwatch-Einrichtung angegriffen wurde, und dass es in unserem Brawl reinspielt. Ja, Freunde, das war von dem Moment alles, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, wenn es Entwicklungen gibt, erfahrt ihr es natürlich wie üblich auf meinem Kanal, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben! Wir sehen uns beim nächsten Mal!